Hallo Leute! Wir sind gerade beim Mittagessen beim Thailänder. Unser Essen kommt gleich. Wir zeigen euch dann, was wir uns anzustellen haben. Und der ist so geil, ist einfach locker. Watermelon, Watermelon. Gut? So, die Tonkara. Wer uns schon kennt, der weiß. Mein Weibo. Ich probiere mal. Es wird lecker. Und scharf. Ein grünes Curry. Ich glaube, grünes Curry ist schärfer, oder? Ja. Das ist schon lecker. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ich dachte, du bist fertig. Wo gehst du hin? Ich brauche nur Waschmittel. Waschmittel? Jetzt müssen wir dich mal ein bisschen putzen. Ei, ei, ei. Hier. Verast. Hier, hier, hier. Schatz, besser? Hier, Baby. Ja. Ja, wir haben Potz hier. Schatz, wir haben Potz. Ja, wir haben Potz. Wir haben Potz. 25. Wie viel ist das? 15. Circa 1 Euro. 5 Euro. Ja. So, wir bringen jetzt hier Spülmittel. Waschmittel. mit unseren Airbnb. Und dann gehen wir zum? Botanikgarten. Botanikgarten. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We have to go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wir haben es geschafft. Aus dem Wald. Es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Jetzt haben wir noch 24 Minuten. Aber jetzt sind wir auf einem normalen Weg zum Glück. Jetzt suchen wir einen 7-Eleven. Aber wo? Weil wir uns was zu trinken holen sollen. Ja, der Plan ist riesig. Und? Weißt du was? Bei der 32. Die Kiosk. Ja. Da sind wir aber schon ausgedust. Ja. Ja. Wir sind froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wann kommt noch das. Hallo. Na, ich bin froh. Ich bin froh. Und du was? Ich bin froh. Das ist doch... Ich bin froh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wir waren im Botanischen Garten. Sehr angenehm, sehr schön. Und machen uns jetzt auf den Weg zum... China-Town. Mann zwar schon da, aber diesmal gehen wir jetzt am Abend schon. Cool. Tschüss. 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 Wow, heute ist ein gooder Mohnny. Mohnkid, Mohnkid. Na? Mgenan, Dauk von Nam? Hallo. 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 Was hast du bestellt? Leimsoda. Wow. Ich hoffe, es schmeckt so erfrischend, wie es es anhört. Zeig mal. Wie klopft? Da sind so Stücke dronnen beben. Die hier zitten in het biertje. Er staan een paar plekken waar ik denk dat het niet zo heel veel begrepen wel. Ik denk dat het goed herinneren aan de eerste stukje aan de rechterkant. Oh. So schön. So. Wir haben jetzt Magnete geholt. Zeig mal. Unseres. Guadalumpur. It's cool. Yvano. Er is hier da bei den Trikots. I have a hinter Mailand Trikots. I have seen the what for a Trikot. In the hinter Mailand. Wist du den? Yeah. I have a drink. And that's it. You see the? Yeah. So. 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 That's it with our trip today. Wir gehen jetzt nur noch eine Kleinschkeit essen und dann geht's schlafen. Ja, gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.